Musik So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs So, und wie wir gesehen haben, brauchen wir noch einige Nautilus-Schalen, wobei, wenn wir genau hinsehen, hat sich hier schon was getan Denn es sind schon ein paar Nautilus gespawnt, tatsächlich, in so kurzer Zeit sind sie gespawnt, und es ist einfach super, ne? Also sieht tatsächlich ziemlich cool aus Cool, als ich gedacht habe, nur wegen diesem Eingang, müssen wir nochmal schauen, wie wir das hier am besten machen Ob ich das wirklich so lasse, oder ob wir das anders machen Dass ich meinetwegen hier dieses, ähm, den Stone-Dings durch einen normalen Dings ersetze Und hier dann quasi eine Pressure-Blade draufsetze, da weiß ich noch nicht, wie wir das am besten machen Müssen wir einfach mal schauen, aber ansonsten finde ich eigentlich, dass es ziemlich gut aussieht Ihr könnt mir ja nochmal eure Meinung darüber in den Kommentaren da lassen Und ich finde sogar, oder ich habe überlegt, ob wir vielleicht diese Ecken, die wir ja vorhin mit Wasser hatten Ob wir da vielleicht Lava rein machen Wobei es dann auch wieder ein bisschen gefährlich wird Denn ja, Nautilus, die baggen hier sich ja gerne mal durch Dann müssen wir einfach mal schauen Aber können wir ja auch mit Wasser lassen, müssen wir einfach mal gucken Aber ansonsten, ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus Ihr könnt mir ja mal eure Meinung darüber in die Kommentare schreiben So, und wir werden dann auch erstmal schauen Denn ich habe folgendes vor Ich habe nämlich letztes Mal überlegt Wobei, ähm, ja genau, einige von euch hätten ja in die Kommentare geschrieben Ascalter Weißt du noch, damals in der alten Welt Da solltest du unbedingt mal wieder hingehen Und da dachte ich Das ist eine klasse Idee, mal wieder in die alte Welt zu gehen Das wäre eine klasse Idee Allerdings ist mir dann auch eine viel bessere Idee gekommen Und zwar Haben wir in der alten Welt sehr viele Fahne gepflanzt Ja, vielleicht werden sich einige noch erinnern Und das Geile war ja Dann hatten wir nachher alles voller Fahnen Das sieht ziemlich genial aus Und genau das habe ich hier auch vor Einfach überall Fahne zu pflanzen Weil es einfach den ganzen Kick gibt So einen ganzen Ich weiß auch nicht, wie soll man es am besten beschreiben Es gibt ihn einfach aus diesen Das Dino Ja, ich weiß auch nicht Das sieht einfach alles ein bisschen Dinosaurierhafter aus Das heißt, wenn ich hier jetzt anfange Zack, ich create hier ein Fahnen Da sollten wir in ein paar Folgen nochmal vorbeischauen Und dann wird gleich alles voll sein Das ist einfach unglaublich, ist das Und deswegen liebe ich diese Fahne auch so sehr Ich muss einfach nur ein Fahnen hier setzen Oder auch zwei Oder auch mal drei Wenn man so viele, da macht das nichts Können wir ein paar mehr setzen Und dann glaubt ihr nicht, wie das dann bald aussehen wird Dann bin ich wirklich mal gespannt Das ist auf jeden Fall eine super Idee Wir werden das auf jeden Fall erstmal machen Finde ich jedenfalls Können ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet Ich finde es auf jeden Fall gut Genau, und noch eine Idee Beziehungsweise, ja, ich hatte da noch eine Idee Und zwar mit diesem Gebäude hier Ich hatte ja euch ja mal erzählt Ich wollte hier gerne ein Gebäude haben Weil hier ist einfach so eine geniale Fläche Die könnte man super nutzen für irgendein Gebäude Nun weiß man nicht, was für ein Gebäude das sein soll Also wenn ihr da eine Idee habt Dann schreibt es mir mal in die Kommentare Würde mich auf jeden Fall freuen Weil ich hab mal überlegt Vielleicht könnte man hier so ein Dino Hotel machen Also man quasi hier so ein Hotelgebäude Tut so einen kleinen Tower, der vielleicht ein bisschen hoch ist Ja, was heißt ein bisschen hoch Vielleicht doppelt so hoch wie das Haus hier Wo da ein paar Zimmer sind Wo dann auch mal ein paar Gäste übernachten könnten Also meine erste Idee, dass man hier einfach so ein Dino Hotel baut Für Gäste halt Allerdings bin ich mir noch nicht sicher Was wir da wirklich hinbauen sollten Wenn ihr da eine Idee habt Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare Würde mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr da eine Idee habt Auf jeden Fall zu den Fahrern nochmal Ich finde es einfach was Das verschönert das ganze Gehege Das sieht einfach super aus Deswegen würde ich es auch gerne hier runter machen Wobei ich war am überlegen Tun wir es ins Brachiosaurus Gehege Das Problem hierbei ist ja immer Wenn man hier die Fahne rein tut Dann Ha, naja Dann Ja, werden die gleich wieder plattgetrampelt Von den Brachiosauriern Weil sie einfach so große Füße haben Ihr kennt das ja So, dann bin ich mal gespannt Wie hat sich das jetzt entwickelt Innerhalb dieser kurzen Zeit Ist noch nichts passiert Okay Müssen vielleicht auch ein bisschen Knochenmehl drauf tun Oh, hier ist schon sehr viel passiert Guckt euch das an Da siehst du, das geht sehr schnell Da könnte ich eigentlich theoretisch Brauche ich eigentlich gar nichts machen Ich könnte es einfach weggehen Und wenn ich in zwei, drei Folgen nochmal komme Ist alles voll theoretisch Aber schon mal ziemlich witzig Also das sieht auch sehr gut aus Ich würde es erstmal hier lassen Müssen wir mal schauen, wie es dann aussieht Ob uns das gefällt oder nicht Wenn es uns nicht gefällt Können wir es ja immer noch ändern Aber ich finde es eigentlich ganz cool Deswegen würde ich es hier lassen Und vielleicht auch mal hier hin tun Wir können einfach mal sehen Wie das aussieht, wenn wir es hier hin tun Ich denke, man sieht eigentlich ganz gut aus Deswegen werde ich es jetzt auch überall hier erstmal hin tun Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben Wie ihr das so findet Vielleicht erinnern sich ja auch die ein oder anderen Die von euch, die das länger verfolgen Werden ja sicherlich erfahren Oder werden ja sicherlich schon wissen Wie das aussieht mit den Fahnen Aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool Wie ihr das findet, müsst ihr mir dann in die Kommentare schreiben Und dann für ein grünes Schaf Das ähnelt diesem grünen Velociraptor hier ein bisschen Tatsächlich Ein bisschen Ähnlichkeit ist ja schon da So, haben wir tatsächlich ein paar Fahne gesetzt Ich bin nicht mal wirklich gespannt Wie sich das jetzt so entwickelt Und die breiten sich ja wirklich total schnell aus Fast so schnell wie die kommen so genaht Die nur halt, dass es Pflanzen sind So, ähm Genau Wir wollen ja erstmal in die Kiste gucken Da hatte ich nämlich noch was drin Was ganz besonderes Nicht ein Broken Ancient Sword Und zu diesem Schwert meinte der Ascalter Reparier das mal Das ist eine klasse Idee Ich werde das mal reparieren Denn dieses Schwert hat besondere Fähigkeiten Und welche Fähigkeiten Das hat das werdet ihr gleich sehen Wobei ich muss mal schauen Ob wir hier vielleicht auch irgendwo ein Schwert haben Ich glaube nicht Ne, haben wir nicht, schade Das sind wirklich geniale Fähigkeiten Dieses Schwert Dieses Ancient Sword Das hat total geile Fähigkeiten Denn ich dachte auch Dass dieser Ancient Helm Dass der irgendwie auch Fähigkeiten hat Aber irgendwie nicht so Aber wenn ich den jetzt aufsetze Sieht zwar ziemlich cool aus Ne, wenn wir uns das mal angucken Wobei Oh, man sieht meine Augen gar nicht Das sieht total blöd aus Ne Aber es gibt auch wirklich nur einen Ancient Helm Also ich glaube es gibt keine Ancient Rüstung Sondern nur Ancient Helm Und der kann glaube ich nichts besonderes machen Glaube ich Weiß ich aber nicht Ne, zum Beispiel das Ancient Sword Das hat was sehr, sehr besonderes Das kann sehr besondere Dinge machen Aber der Ancient Helm weiß ich nicht Ob der irgendwas besonderes machen kann Müsstet ihr mal schauen Auf jeden Fall Ist dieser antike Helm Auch auf einer Ja, auf einem Gemälde abgebildet Nämlich Da, 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 da Hier Und da seht ihr jemanden mit einem antiken Helm Und einem antiken Schwert Der seine Gegner in den Untergang In den Untergang weiht Antiker Helm und antike Schwert zusammen Deswegen bin ich am überlegen Wenn wir jetzt einen antiken Helm aufhaben Und dazu noch ein antikes Schwert Ob das vielleicht die Kraft des antiken Schwertes verdoppelt Oder verbessert einfach nur Das wäre jetzt meine Frage Meine Überlegung Und diese überlegen werden wir jetzt mal auf der Schliche kommen Also Schwert Du bist schon fast fertig Wir sehen den Status Der ist gerade am explodieren Also es entwickelt sich immer weiter vor Genauso wie die Fahne hier Die breiten sich auch immer mehr aus Wir können schon sehen Das ist, ja Das wird gefährlich Das wird auf jeden Fall Das wird auf jeden Fall was Das wird sich sehr bald Sehr schnell ausbreiten Und dann haben wir nachher Hier unsere ganze Welt voller Fahne Wir müssen ja in der alten Map gesehen Da war ja wirklich so weit Ja, so weit wir Wald hatten So weit war danach War nachher auch die Fahne Ich weiß aber nicht mehr Ob wir werden ja nachher Sehr viel abgebrannt Ob wir auch die Fahnen nachher Zerstört haben Weil sie uns genervt haben Ich weiß es gar nicht mehr Ich will jetzt nur mal schauen Wie weit würden die Fahne gehen Die würden durchaus bis hierhin kommen Bis hierhin, gut Das heißt Dieses Waldstück da hinten Würde nicht mehr betroffen sein Hätten wir Haben wir ja Glück Aber sie würde nicht Unendlich alles in Ja In Fahnen ertönen Sondern nur dieses Stück Wenn wir jetzt hier Oh hier waren Hier waren Velociraptor Geräusch Ich muss irgendwo einer sein Hier drin auf jeden Fall nicht Da sind die Comsognati Aber dieses Das sind die Velociraptoren Oder machen Kommt sogenannte Ähnliche Geräusche Ich glaube nicht So Wenn ich jetzt hier Unter diesem Baum Einfahren hin tun würde Dann wäre der ganze Wald Voll Und das sind Ein paar tausend Bäume Der Wald erstreckt sich ja In sehr große Landschaft Und ich mag so eine Riesenwälder So finde ich immer Ziemlich genial Okay das war eindeutig Ein Velociraptor Aber wo ist der Weil die machen andere Geräusche Hier Das ist ein Velociraptor Geräusch Das ich gerade gehört habe Zwar Wobei ich weiß jetzt nicht Ob man auf einem Frap gerade Mein Ingame Sound Aufnimmt Weil dann Ich weiß gar nicht Ob ihr das jetzt hört Weil manchmal nimmt Das mein Aufnahmeprogramm Den Ingame Sound auf Und manchmal nicht Das ist unterschiedlich Ich glaube wirklich Das war ein Velociraptor Oder die hören sich einfach Gleich an die beiden Kann ich nicht genau sagen Na müssen wir mal schauen Allerdings die meisten Ja habe ich ja ausgerottet Das sind eigentlich nur noch Unsere Velociraptoren Die komischerweise Alle mir gehören Die sind aber ganz weit weg Wo genau Weiß ich gerade gar nicht Viele sind ja auch Hier in die Falle gegangen Das weiß ich noch Von den wilden Velociraptoren Die sind da einfach In die Falle gegangen So Und guck mal Hier ist auch nochmal Eine Spur von damals Eine alte Spur Von unserer Tätigkeit hier Da bin ich hier Schön Kabel zu unten getan Damit die hier nicht reinfallen Tue ich da jetzt einfach Dreck hin Damit man nicht sieht Dass ich hier war Spuren einfach verwischen Ich finde es immer schön Wenn man Oder ich finde es immer sehr witzig Wenn man hier Ein paar Stellen erkennen kann Oh da war ich mal Vor so und so langer Zeit Finde ich eigentlich Immer ziemlich cool Am besten wäre es noch Wenn man irgendwie so Ein Mod hätte Wenn man auf so einen Block klickt Dass man sehen könnte Wann man den gesetzt hat Das wäre auch eigentlich Ziemlich geil Könnte man sehen Ah Diesen Block habe ich Vor drei Wochen gesetzt Oder Dieses Gebäude habe ich Vor einem Jahr fertiggestellt Halt sowas wäre eigentlich Ziemlich geil Dass man auch so eine Art Tagebuch hätte Wobei das hat man ja so schön Durch die Folgen Durch die Dinosaurus Folgen Das ist quasi ja auch Wie ein Videotagebuch Wenn man das mal so recht nimmt Eigentlich schon So Okay mit der Achse Ist es vielleicht etwas Unschlau Nehme ich doch lieber Die Spitzhacke So nichts Für nachher noch Unsere schön Schönes Holz hier abbauen Besitzt schon die Kakaobohnenfarbe Die erstreckt sich auch Immer mehr Wir haben jetzt schon Wie viel Kakaobohnen 29 Da könnten wir sogar schon Die ganzen Baumstimmen Hier bewachsen lassen Wobei naja Die ganzen natürlich noch nicht Aber einen Großteil So Zack 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 So Genau Man zählt es ja erstmal Dass wir hier erstmal alles voll kriegen Voller Kakaobohnen Ich glaube ich habe hier mit 2-3 angefangen Und danach können wir das einfach mal hier rummachen Und können es nachher noch Kekse craften Und 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 Aber erstmal schön hier Auf allen Seiten Das machen Nehme ich will es auch Eigentlich immer ziemlich cool Man kann hier einfach mal Wenn man drei Stämme hat Drei Holz Ne Kann man da gleich 12 Kakaobohnen dran machen Und pro Kakaobohnen Kriegt man glaube ich Drei Ja Drei Kakao Ich weiß gar nicht Pro reifer Kakaobohnen Kriegt man glaube ich drei Stück Zwei bis drei Ne Das heißt aus diesen zwölf Stück Kriegen wir dann meinetwegen 36 Oder eben Nur Ja Also halt 20 bis 30 Ne Ungefähr Weiß ich Ich kenne mich jetzt auch nicht genau mit den Zahlen aus Aber so ungefähr würde ich das jetzt mal schätzen Ich habe mich damit nie genau befasst Aber so haben wir halt sehr viel Kakao Ne Och Mensch Fahne Soll ich hier ein bisschen nachhelfen So an jeden Baum Ein bisschen was Damit das schneller geht oder was Ne Fahne wachsen auch übrigens nur da Wo auch Blätter sind Ne Das heißt wenn irgendwo rüber Keine Blätter sind Dann wachsen auch keine Fahne Das nur mal so als Tipp Ne Das heißt wenn hier irgendwo die Blätter aufhören Dann Ja können auch keine Fahne wachsen Hier können keine Fahne wachsen Ist halt so weil Fahnen Die brauchen halt den Schatten der Bäume Ansonsten können die nicht wachsen Ne Deswegen seht ihr wenn ihr auch draußen mal rumfahrt Ne Also wenn ihr mal nicht Minecraft spielt Sondern wenn ihr mal in die Natur geht Was ist das Natur Ist das nicht das was man in dem Spiel Realife.exe besichtigen kann Ich glaube schon ja Genau in diesem Spiel Realife.exe Gibt es Etwas das sich Natur nennt Und da gibt es auch so Bäume und so Ne Wie halt hier in Minecraft Ist eigentlich ungefähr hier wie in Minecraft Und ne Wer da mal rumläuft in dem Spiel Der wird sehen Dass es dort Keine Fahne Auf freien Flächen gibt Ne Sondern nur in Wäldern Wenn man jetzt In der Nähe von Bäumen ist Meistens auch da wo es feucht und warm ist Da sind Fahne Ne Meistens Halt unter Bäumen Ne Oder in Urwäldern Wer jetzt mal Zum Beispiel schon mal ein Urlaub war Irgendwie im Urwald oder so Der hat da wahrscheinlich auch viele Fahne gesehen Weil die Fahne kommen ja auch ursprünglich aus dem Urwald Die wurden ja hier nur eingeschleppt Hier gab es ja ursprünglich keine Fahne Früher gab es ganz viele Fahnen in der Diodino-Zeit Das ist ja wirklich eine sehr alte Pflanze Die gab es ja schon damals Und guckt euch das an Apropos alte Pflanze Die essen hier die ganzen Blätter auf Mensch da habe ich so eine schöne Pflanze Hier so diese Pelorefe Oder wie die heißen Paleorefe Oder ich weiß gar nicht wie die genau heißen Diese Bäume Aber die sind einfach total schön Und die Prariosaurier essen die einfach auf Ich finde das echt Dreist Dass sie einfach die Blattkronen essen Und der Stamm der bleibt dann stehen Und sie das aus als wenn er so ein riesiger Das sieht genauso aus als wenn in PvP Oder in Freebuild diese Leute einfach nur so ein Dreckturm bauen Genauso sieht das dann später da auch aus Ich denke ihr wisst was ich meine Also wirklich das ist ein echt so eine Lümmel Da muss man wirklich aufpassen Da muss man wirklich aufpassen Apropos aufpassen Du musst auch mal aufpassen auf unseren Plesiosaurier Nicht dass der noch missbaut Weil der ist ja die gerade in der Wand Und was er da macht keine Ahnung Man sollte wirklich aufpassen Ähm Plesiosaurier Was machst du da überhaupt Mich interessieren ein paar Dinge Und zwar erstmal wie ist er reingekommen Und zweitens was macht er da drin Deswegen würde ich mich hier einfach mal runterbuddeln Ihr habt das sehen wir Der hat sich hier tatsächlich durchgebackt Und hier kann man auch durch Also es ist nicht so dass man hier nicht rein könnte Nein man kann hier rein Und der Plesiosaurier hat das natürlich ausgenutzt Und ist jetzt hier drin Man sieht schon Er hat schon ein bisschen Schaden verloren Ist ja auch kein Wunder Dann werden wir mal unsere Dinopedia zücken Den geht es aber gut Der ist zwölf Tage alt Hat lang schon kein Wasser mehr gesehen Kein Wunder Hier ist kein Wasser Und hier ist nochmal ein schönes Gemälde Genau das gleiche haben wir auch bei dem In unserem fossilen Labor Müssen wir mal angucken Das ist eine Ja was ist das Sieht irgendwie aus Ich weiß nicht Das Gesicht sieht irgendwie aus wie eine Schweinsnase Ganz ehrlich Das ist auf jeden Fall eine Dinokönigin In königlichem Gewand Die einen gezähmten Ja T-Rex als Reitier hat Viele Untertanen Die für sie beten und tanzen Und das ist halt die Königin Hier seht ihr das Ein Skarabeus Das soll den Skarabeus darstellen Da unten Das ist ein Hä Guck mal wenn ich hier auf Zoom gehe Achso Genau Und das ist Oh Man muss aus der Perspektive gucken Wenn man zu weit unten geht Dann ist es weg Auf jeden Fall eine Dinokönigin Ein Vorfahren von mir Mit einer Skarabeus Krone Können wir übrigens nicht machen Es gibt leider keine Skarabeus Rüstung Nur den Anzeent Helm für uns Und ja Die hat einen gezähmten T-Works Gart ist auf denen mal rumgeritten Und so Und hatte ganz viele Untertanen Genauso wie bei uns halt Nur dass ich halt keine Untertanen habe Wo sind meine Untertanen? Wer ist Wer erzählt zu meinen Untertanen? Ich weiß es nicht Schreibst du mir in die Kommentare Wer gehört zu meinen Untertanen? Wo sind die überhaupt? Die sollen bald mal kommen Ich könnte die auf jeden Fall mal gebrauchen Naja wir werden sie noch schnell Früh genug finden Und sonst müsst ihr mal schreiben Wo sind meine Untertanen? Ich warte auf sie Und ich glaube das sollten wir auch mal zu machen Und das sollten wir jedenfalls mal mit Dreck abdichten Damit sich hier die Die Nuss auch nicht so leicht rauspacken Weil wenn es zwei Blöcke breit ist Dann packen die sich nicht so leicht raus Als wenn es nur Ein Block breit ist Deswegen sollten wir das glaube ich hier nochmal schön Zwei Blöcke breit machen Ich glaube das wäre Nicht schlecht Glaube ich Wenn wir uns das mal von hier angucken Ja das würde dann glaube ich ganz gut aussehen Oder? Ja Würde ich mal sagen Das ist eine gute Entscheidung Machen wir Machen wir auf jeden Fall Ich brauche nur ein bisschen mehr Dreck Der Dreck muss eben auch weg Guck mal was wir hier auch sehen Das sieht natürlich auch blöde aus Wenn es hier so ist Das sieht total unrealistisch aus Deswegen brauche ich hier das immer nochmal schön so Zu Zack Du bist auch gar nicht auffällt Dass es so unrealistisch ist Soll möglichst realistisch aussehen Das ist ja das Ziel in Minecraft Möglichst realistisch bauen Auch wenn die Sachen natürlich in Minecraft Nicht immer realistisch sein können Ist ja auch klar Ist ja auch ein Spiel Das wäre genauso wenn man sagen würde Ja das echte Leben Also RealLife.exe soll genauso sein wie Minecraft Wo man sich auch fragen sollte Was gab es zuerst? RealLife.exe oder Minecraft? Auch eine sehr sehr gute Frage So Oder welche Spiele hat bei welchem abgekupfert? Sehr 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 gute Frage Die es zu lösen gibt So Wollen wir aber auch gleich nochmal nach unseren Fahnen gucken Jep Das regeln wir dann später Weil wir wieder Dreck haben Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal nach unseren Fahnen Da bin ich auch mal gespannt Wie die sich so entwickelt haben Guck mal hier müssen wir dann einmal springen Und war da gerade ein Baby die Lufosa auch hier? Haben die sich gerade fortgepflanzt ohne mich? Äh ich meine ohne meine Anwesenheit Äh Muss ich mal schauen Das würde mich mal interessieren Nö Ich sehe hier kein Baby Oder? Nö ist kein Baby da auch Ich dachte schon Dem ist hier wieder fortgepflanzt Aber zum Glück nicht Das hätte nämlich Wisst ihr was das bedeutet hätte? Einen Ja Ungezähmten Einen ungezähmten Dylophosaurium Das wäre nicht schön gewesen Genauso unschön wie dieser Mutige Krake Der jetzt sein Leben vor uns gegeben hat Nur damit wir diese Zwei Tintensäcke bekommen Hm So ist das Leben Okay Fahne wollte ich gucken Genau Also schöner Klimm hier Wieso nützt sich nicht eigentlich den Weg Den ich extra dafür gebaut habe Ich verstehe das nicht Bin halt schon so ein kleiner Parcours Gänger Da Das sieht eigentlich ganz schön aus Ich weiß auch nicht Das hat eigentlich auf jeden Fall was Würden wir erstmal so lassen Und apropos so lassen Das lassen wir nicht so Das tun wir jetzt weg Weil diesen unendlichen Brunnen brauchen wir nicht mehr Von daher Können wir das jetzt auch wieder zerstören So habe ich hier ein bisschen was zu viel weggenommen So sieht das gleich ganz gut aus Genauso hier Das werden wir erstmal so lassen mit den Fahnen Ich finde das sieht eigentlich ganz schön aus Wenn da ab und zu ein paar Fahne sind Hat auf jeden Fall was Ist meine Meinung Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu den Fahnen In die Kommentare schreiben Ob ja wie ihr die findet Ob ihr meint Ja ist kalter Ich finde die total cool Ich finde die genauso cool wie du Oder wir meint Na ja Weiß ich nicht Aber ich denke die meisten von euch Werden mir zustimmen Das ist einfach Sieht eigentlich ziemlich cool aus Die Fahne passt einfach zu Minecraft Dinosaurs Und wer das anders sieht Der muss mir das auch begründen können Na und ansonsten Ihr seht schon Da hat sich schon einiges getan Die mit den Fahnen Da wenn ihr noch Fragen Oder sonstiges hat Dann wie immer Ab in die Kommentare damit Und ansonsten wünsche ich euch Werde viel Spaß Macht's gut Wenn euch das Video gefallen hat Gibt den Daumen nach oben Und ja Ansonsten wünsche ich euch Weiter viel Spaß Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal